Die Kohlmeise ist mit ihren etwa 14 cm Körpergröße die größte und zugleich häufigste Meisenart in Europa. Sie stammt aus der Familie der Meisen und gehört zu den Singvögeln. Die Kohlmeise wird von Laien häufig mit ihrer Verwandten der Blaumeise verwechselt, wobei die Unterschiede der Vögel doch beträchtlich sind. Natürliche Feinde hat die Kohlmeise reichlich. Allen voran der Sperbe, allerdings auch andere Greifvögel, Marder, Hermeline, Wiesel, Rabenvögel und Haus- bzw. Wildkatzen dämmen den Bestand ein. Die Kohlmeise ist sehr anpassungsfähig, weshalb sie gerne in von Menschen aufgehängten Nisthilfen, größtenteils Nistkästen, brütet. Dabei werden auch Nistkästen in Menschen näher, z.B. an Gebäuden oder in Gärten, angenommen. Der Verbreitungsraum der Kohlmeise zieht sich von Westeuropa bis zum Osten Asiens. Allein in Deutschland waren 2008 4,6 bis 5,7 Millionen Brutpaare beheimatet. Doch wie und wie lange brütet eigentlich eine Kohlmeise? Dieser und anderer Fragen versuche ich mit Hilfe einer Nistkastenkamera auf den Grund zu gehen. Der Brutzeitraum einer Kohlmeise liegt zwischen März und Juni. Doch bevor mit dem Brüten begonnen werden kann, muss eine passende Brutstätte gefunden werden. In diesem Fall ein Nistkasten. Nun wird dieser von den Kohlmeisen mit Mosen, Gräsern und anderen weichen Materialien ausgekleidet. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, beginnt das Weibchen mit der Eiablage und der anschließenden Brut. In diesem Zeitraum wird das Weibchen vom Männchen mit Nahrung versorgt. Nur selten unterbricht das Weibchen den Brutvorgang für kurze Pausen, was einen freien Blick auf die Eier ermöglicht. Nach wenigen Wochen schlüpft bereits das erste Küken. Das Weibchen kümmert sich bereits jetzt sehr liebevoll um mir gerade einmal wenige Stunden altes Junges. In diesem Fall sind am nächsten Tag bereits alle Küken geschlüpft. Allerdings sind die Jungtiere bereits jetzt sehr hungrig, weshalb die Altvögel von jetzt an viel Zeit mit der Nahrungsbeschaffung verbringen. In den ersten Tagen übernimmt diese Arbeit überwiegend das Männchen, da das Weibchen weiterhin Zeit mit dem Wärmen der noch nackten und blinden Küken verbringt. Und dann beim Schügel von Männchen, da das Weibchen abre. Auch ein Tag nach dem Schlüpfen sind die Jungtiere noch sehr hungrig, weshalb nun ebenfalls das Weibchen auf Nahrungssuche geht. Und scheinbar erfolgreich, immerhin kommt es mit einem gefüllten Schnabel zurück. Wenn das Weibchen wieder einmal das Nest verlässt, gewährt es uns einen freien Blick auf die Küken, was eine Zählaktion ermöglicht. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass aus jedem Ei ein lebendes und gesundes Küken schlüpft. Doch in unserem Fall sind alle acht Küken wohl auch. Die Nahrung der jungen Kohlmeisen besteht hauptsächlich aus Würmern, Larven, Insekten und Raupen. Und nachdem diese von den Küken verwertet wurden, werden die Reste in Form von Kotpaketen ausgeschieden, welche von den Altvögeln dann aus dem Nest geflogen werden. Ununterbrochen sind beide Altvögel mit der Nahrungsbeschaffung beschäftigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach fünf Tagen sind nicht nur Größenunterschiede, sondern auch andere optische Veränderungen der Jungtiere zum ersten Tag gut zu erkennen. Nach fünf Tagen sind nicht nur列t, sondern auch andere optische Veränderungen der Kummer, insekten und sieNären. Nach fünf Tagen sind nur Größenunterschiede, sondern auch andere optische Veränderungen der Missouri-Unden für die Kohlmeisen. Nach fünf Tagen sind nicht nur Größenunterschiede, sondern auch andere optische Veränderungen der Schicksalte, sondern auch andere optische Veränderungen der Überänderungen der Untertitelung der Erachtung des ZDF, 2020 Auch nach sechs Tagen verbringt das Weibchen, größtenteils abends, Zeit mit dem Wärmen der Jungtiere. Währenddessen geht das Männchen auf Nahrungssuche. Die Erstzeitlupenaufnahmen verdeutlichen das zielgenaue Anfliegen des Flugloches. Die Erstzeitlupenaufnahmen verdeutlichen das zielgenaue Anfliegen des Flugloches. Die Erstzeitlupenaufnahmen verdeutlichen das zielgenaue Anfliegen des Flugloches. Die Erstzeitlupenaufnahmen verdeutlichen das Weibchen, glaube ich und das Z lately, es ist so wichtig. Die Erstzeit montieren die Wärmen der Schweizer Haupt categories. Die Erstzeitlenz du Wasser Aprilああ, das ist so wichtig. Die tanzen Infarias hat einen fliegenen Auszeit. Soсть hier, aus dem Wasser canal zusammen referend es jetzt viernes. Einsiede undüngere es einfach aus hugging. Auch in dieser Aufnahme kann man den Ausflug der Exkremente, wie man es bereits gesehen hat, gut erkennen. Auch nach 10 Tagen kann man noch einmal einen Rückblick auf den ersten Tag wagen, wobei man feststellen muss, dass die anfangs recht kleinen Vögel mittlerweile deutlicher an Größe zugenommen haben. Bei dem genauen Betrachten dieser Aufnahme kann man erkennen, dass einige der Jungtiere ihre Augen bereits einen Spalt geöffnet haben. Auch die Flügel sind bereits deutlicher als solche zu erkennen. Am 11. Tag ist wieder einmal die Mutter bei jenen Küken. Nach 12 Tagen sind die geöffneten Augen sehr gut zu erkennen. Auch nach 13 Tagen kann man die Mutter bei jenen Küken sehen, dass die Mutter bei jenen Küken ist. Nach 13 Tagen kümmern sich die Altvögel noch akribisch um ihre Jungtiere. Nach 14 Tagen sehen die Jungtiere bereits flugfähig aus, doch bis sie ausfliegen dauert es noch einige Tage. Allerdings trainieren einige bereits ihre Flugmuskeln im Nest. 15 Tage nachdem die Jungtiere geschlüpft sind, reichen die Kräfte der kleinen Vögel bereits aus, um an den Nestwänden hochzuklettern. Doch bis zum Ausflugsloch kommen sie noch nicht. Mittlerweile schaffen es einige der Vögel am Nestmaterial hochzuklettern und entziehen sich so dem Blickwinkel der Kamera. Doch den Sprung in die Freiheit wagen sie sich noch nicht. Doch den Sprung in die Freiheit war, dass die Industriere gen faced, die ebenfalls in der Vögel am Stellen, die das in der Vögel am besten ist. Auch wenn man meinen könnte, dass bereits einige Vögel ausgeflogen sind, ist dies nicht der Fall. In diesem Bild sind alle acht Vögel vorhanden, auch wenn es schwierig ist, diese zu erkennen. Nun, nach 18 Tagen kann man die Jungvögel kaum noch von den Altvögeln auseinanderhalten. Das Federkleid ist vollständig vorhanden. Die Augen sind geöffnet und die nötigen Muskeln zum Fliegen sind trainiert. Dem Ausflug steht somit nichts mehr im Wege. Und so kommt es auch. Am nächsten Tag finde ich nur noch ein leeres Nest vor. Leider habe ich den eigentlichen Ausflug verpasst. Doch ich hoffe, ich konnte mit diesem Film einen kleinen Einblick in das Brutverhalten der Kohlmeise zeigen.